Denn Gottes Mund steht über den Sinn des Menschen. Amen. Gott spricht kontinuierlich. Amen. Ich möchte das nicht mehr als negative, aber Gott spricht kontinuierlich. Doch Gott spricht andauernd. Und das ist der Grund, ich sage es in meinen Worten, warum Gott uns immer sagt, Mund halten. Amen. Wir reden viel zu viel. Und deshalb behaupten wir, wir hören Gott gar nicht. Amen. Also wenn die Umstände ungünstig sind, Ja, wir fangen an mit Gott zu reden, als hätte er die Situation sowieso nicht gewusst. Amen. Halleluja. Amen. I don't have money. Ja, Gott, ich habe kein Geld. Amen. Look at what is happening to me. Also Gott, schau dir das mal an, was mit mir los ist. And God is talking, you are talking. Ja, und Gott ist am sprechen, was tust du? Du sprichst wieder. Ja, und in deiner Seele gibt es nur noch Lärm. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Be still. Sei still. And know that he is God. Und erkenne, dass er Gott ist. Amen. Amen. His word is over many waters. Also sein Wort herrscht über viel Gewässer. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Father. Danke, Vater. Er möchte, dass seine Worte auf unseren Lippen sind. So wie er zu uns spricht, genauso sprechen wir ihm sein Wort zurück. Denn die Natur der Dinge sind Worte. Damit die Umstände sich ändern, ist es wichtig, dass du sprichst. Halleluja. Amen. Was möchtest du sehen? So what you see within you, das was du in dir siehst, what you hear within you, was du in dir hörst, is what you need to speak out. Aber genau das brauchst du auszusprechen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. So what you want to see, also das was du sehen möchtest, and what you want to hear, und das was du hören möchtest, you must first see them within you and hear them from within you. solltest du zuerst oder musst du sogar zuerst in dir drin diese Dinge sehen und hören. Amen. 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 Vielen Dank.